Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Budget-Update für diese Woche. Und ich muss gestehen, dass ich diese Woche schon Sachen gemacht habe ohne euch. Denn ich konnte es nicht mehr abwarten. Ich habe Einnahmen verbucht, die ich direkt weiter geschoben habe auf mein Tagesgeldkonto, damit sie möglichst schnell verzinst werden, weil das so viel Spaß gemacht hat. Und ich konnte damit einfach nicht mehr warten. Ich wollte nicht warten, ich wollte das sofort tun. Das waren nur Fennigbeträge und ihr werdet im Samstag-Video sehen, wie und warum das war. Gleichzeitig will ich in diesem Video auch noch auf meine Vorräte eingehen, da ja auch die so ein bisschen da reinspielen. Denn vielleicht habt ihr es gesehen in den Updates der Budgets der letzten Wochen, beziehungsweise im März. Ich habe mein Vorratsbudget noch nicht angerührt diesen Monat, weil es absolut nichts gab, was rabattiert war, was ich regelmäßig kaufe. So, na klar hätte ich mir den Schrank vollpacken können, aber es gibt da, finde ich, unterschiedliche Methoden, Vorräte zu denken. Das eine ist, das sind im Sinne von Prepping oder im Sinne von dem, was auch die Bundesregierung empfiehlt, für den Katastrophenschutz, für den Fall, dass irgendwas passiert, dass man für mehrere Tage Essen zu Hause hat, dass man auch ohne Einkaufen halt über die Runden kommen würde. Das irgendwie kickt mich nicht. Ich habe eine Zeit lang, oder ich habe ein bisschen hier den YouTube-Kanal Prepper Princess geguckt und dachte irgendwie, ja, vielleicht fände ich das auch toll. Aber ich fände das nicht toll. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so, dass mich massiv, dass mich Kram überfordert. Sei es Klamottenkram, Möbel, einfach Kram in der Wohnung oder sei es eben auch gelagerte Lebensmittel. Und Kram ist halt einfach, Kram muss man verwalten. Muss man sortieren, muss man rotieren, muss man in Schuss halten, muss man aussortieren und sowas. Und zumindest aktuell habe ich nicht die Zeit und den Nerv dafür. Deswegen bin ich auch grundsätzlich ein Fan des Minimalismus, weil Minimalismus oder wenig haben einfach das Leben massiv erleichtert und auch wenig Vorräte haben. Aber wenn was mit Rabatt rausgeht, dann finde ich es natürlich supergeil, wenn ich mir einen Vorrat anlegen kann. Sei es, was haben wir jetzt gekauft für 55 Cent, oder waren es 65 Cent, die Dosen Mais, die ich gehortet habe Ende Februar oder auch eben Alpro. Da finde ich es geil, einen Vorrat anzulegen. Und ich bin jetzt, wie gesagt, zu dem Schluss gekommen, ich bin eher der Bevorratung bei Rabatt-Typ, als der, ich brauche einen Vorrat für den Katastrophenfall. Ich lebe aktuell in dem Glauben, dass es soweit nicht kommen wird, dass ich eine Totalkatastrophe erlebe, im Sinne, dass ich kein Essen habe. Sollte es soweit kommen, würde ich wahrscheinlich zu meinem Vater fahren, wo ein Garten ist. Also sollte Putin eine Bombe auf Köln werfen oder so und ich überlebe, dann würde ich natürlich versuchen, von hier wegzukommen. Und mein Vater besitzt Land, wo man Essen anbauen kann. So, und der hat auch Vorräte und eine Gefriertruhe. Ich habe keine Gefriertruhe. Ja, und wir haben ja schon mal eine Katastrophe erlebt. Oder sagen wir zwei. Sagen wir zwei. Zum einen, also als der Ukraine-Krieg losging, dass da plötzlich Sonnenblumenöl und Mehl sowas rar war. Und natürlich die Pandemie, ne, als die Leute Hamsterkörfe gemacht haben. Und es war trotzdem genug da, dass keiner verhungern musste. So, also gehe ich davon aus, dass das Worst-Case-Szenario nicht so schrecklich ist. Naja, also genau. Deswegen will ich in diesem Video noch mal auf meine Vorräte eingehen, die ich jetzt aktuell habe. Denn es ist ja ein Teil von dem Ganzen. Aber ich möchte kein eigenes Short drehen, wie ich es die letzten zwei Monate gemacht habe am Ende des Monats, weil mir das meine YouTube-Statistik zerschießt, weil ich dann nicht mehr, weil YouTube mich differenziere zwischen Aufrufen und Aufrufen von Shorts. Und dann kann ich nicht, also ich weiß nicht, ne, Shorts werden viel, viel, viel mehr aufgerufen, aber bringen überhaupt kein Geld. So, deswegen ist das einerseits finanziell verschwendete Zeit-Shorts zu machen und gleichzeitig wird meine Statistik unübersichtlich. Sagen wir mal so. Okay, gut, dann kommen wir jetzt zu meinem Budget. Danach kommen wir zu meiner Vorratskammer und danach kommen wir zum Abschluss. Und den kompletten Monatsabschluss gibt es dann am Sonntag. Denn dann ist der Monat zu Ende. Und hier sind wir in meinem Budget angekommen und da kam neu hinzu zum einen eine Plasmaspende. Und da, nachdem jetzt der Monat zu Ende ist, habe ich festgestellt, es sind 126 Euro, die ich da verdiene, nicht 116, weil die erste Plasmaspende noch mit dem Hammerbonus von 10 Euro war. Vielleicht habe ich mich deswegen irgendwie letztes Mal verrechnet. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist das jetzt am Ende des Monats, dass das, was ich diesen Monat bekomme, es ist völlig klar, die 10 Euro, die jetzt hier zusätzlich frei geworden sind, habe ich sofort zum Tagesgeld geschoben. Weil es da verzinst wird. Und es da bei Trade Republic einmal im Monat Zinsen gibt und das so mega Spaß macht. Dann habe ich festgestellt, dass ich, wenn ich jetzt am Freitag, also morgen zu meinem Vater fahre, ich kein Drogeriebudget mehr brauche. Also der Rest, der da noch drin ist, der vor allem deswegen drin ist, weil ich eigentlich gar nicht glaube, habe ich überhaupt Windeln gekauft? Doch einmal Windeln gekauft habe nur. Ich habe noch zwei Packungen Windeln geschenkt bekommen, deswegen ist da noch Platz. Die 6,05 Euro, die da gekommen sind, habe ich auch sofort aufs Tagesgeld geschoben. Und den Fund hier oben drüber, das ist alles, nein, 25 Cent nicht. Also über ein Euro war, fand, dass ich auf der Straße einfach beim Spazierengehen mitgenommen habe und auch das habe ich sofort zum Tagesgeldkonto geschoben. Und das hat jedes Mal so mega Spaß gemacht, im Sinne von Kleinvieh macht auch Mist. Und ich muss ja auf meinem Tagesgeld noch wirklich auch Notgroschen aufbauen, der auch eigentlich voll sein sollte, bevor man ja anfängt zu investieren. Ich warte damit aber nicht. Also ich muss beides besparen. Ich muss das Tagesgeld besparen und ich muss auch noch, also ich muss und ich will auch investieren, um mir da die Dividenden zu sichern, die ja alles in allem mehr sind als Tagesgeld. Aber Tagesgeld kann ich jetzt sofort und heute machen, weil es einfach nur eine Überweisung braucht. Und die Investitionen, also die ETFs, die sind ja Sparpläne, die machen das einmal im Monat. Und deswegen ist Tagesgeld leichter zu bedienen. Und ich dachte mir dann, ich kann das ja einfach weiter so machen, weil es ja so viel Spaß macht. Und wenn das Tagesgeld irgendwann da ist, wo ich es haben will, kann ich monateweise ja das, was zu viel ist, in Anführungsstrichen, rüberschicken ins Depot. So, mal gucken. Das ist die aktuelle Überlegung. Aber hat voll Spaß gemacht. Und Pfandsammeln kriegt da auch plötzlich wieder einen ganz anderen Wert. Also ich gehe ja nicht Pfandsammeln, ich gucke nicht in die Müllermacherung oder so. Aber wenn ich irgendwo vorbeiläufe und da steht eine Pfandflasche rum, dann stecke ich die ein. Und so, dann kommen wir, das können wir überspringen, wir kommen zum Freizeitbudget, was immer noch eine Katastrophe ist und was ich auch nicht gebessert habe. Das werdet ihr nochmal am Samstag sehen, denn ich habe gekauft, Sticker für Lilly, weil ich gerade versuche, ihr beizubringen, auch mal ohne mich zu spielen. Und sie steht auf Sticker, wie alle kleinen Mädchen. Und ich habe welche bei Teddy gekauft, für 1,55. Und das Ziel des Ganzen ist, dass sie mir nach dem Mittagessen mal Zeit gibt, auch alleine zu sein. und sie auch mal lernt, alleine zu spielen, sowas. Und deswegen habe ich Sticker gekauft. Und ich finde, wenn ich dem Kind beibringen kann, auch mal alleine zu spielen, besonders für die Tage, wo ich sie halt komplett allein habe, was jetzt gerade noch Freitag bis Montag ist, also ich kann das nicht. 14 Stunden am Stück, nie für mich alleine sein und auf alles sofort reagieren, was sie von mir will. Also ich muss ihr irgendwie beibringen, dass ich mich auch abgrenzen muss. Und die Sticker waren ein Versuch dazu. Leider stellt sich raus, sie kann die nur nicht so richtig gut alleine abziehen. Aber das ist perspektivisch was, wofür ich vielleicht Geld ausgeben muss, dass ich dem Kind irgendwas zum Spielen kaufe, womit sie sich alleine beschäftigen kann. Ja, und dann waren wir auch noch in der Stadtbibliothek, Bücher ausleihen. Und weil ich da ihren Ausweis vergessen hatte, beziehungsweise ihn vielleicht sogar verloren habe, mussten wir ohne Ausweis ausleihen, was auch noch mal einen extra Euro kostete. Und auch das habe ich bezahlt. Nach der Stadtbibliothek waren wir dann Eis essen. Aber dazu komme ich später. Vorher geht es noch um das Handy, meine Handykosten. Oh Mann, da habe ich noch 5 Euro. Für bezahlt, weil, also grundsätzlich kostet es 14,99 Euro Aldi Talk, aber für Gesprächsguthaben muss ich ungefähr alle drei Monate oder so noch mal 5 Euro hinterlegen. Jetzt habe ich gleichzeitig meinen Tarif gewechselt, weil Aldi mich darüber informiert hat, per SMS und gesagt hat, hör mal, sie können den Tarif wechseln. Der ist dann nicht mehr 14,99, sondern 13,99. Und das habe ich gemacht. Und das habe ich auch eigentlich fristgerecht gemacht. Aber jetzt hat mir Aldi Talk beides abgebucht. Am selben Tag, heute, 13,99 Euro und 14,99 Euro für die nächsten vier Wochen. Und wenn das rechtens ist, dann hat dieser fucking Tarifwechsel dazu geführt, dass ich die nächsten 14 Monate, nein, ein Jahr und zwei Monate, doch genau, dass ich die nächsten 14 Monate trotzdem, trotz Tarifwechsels, dasselbe bezahle wie vorher. Ich habe überlegt, soll ich das überhaupt machen für den einen Euro oder nicht. Ich habe dann gedacht, ja, ich fennigfuchse ja, also mache ich das. Aber wenn sich jetzt herausstellt, dass Aldi mir das nicht entstatten kann, war das natürlich Kacke. Und dann weiß ich auch noch nicht, wie ich es verbuchen soll. So, und dann waren wir, sind wir hier, sind wir hier beim Essen. Lilian und ich waren Eis essen für 5,50 Euro vom Restaurantbudget, was jetzt auch im Minus ist. Aber irgendwie war es mir das wert, mit ihr Eis essen zu gehen und das in den nächsten Monaten zu schleppen. Und, nachdem ich mein Drogeriebudget, den Rest geleert hatte, musste ich heute noch Kontaktlinsenreiniger kaufen. Ja, auch das war wieder, da war ich zu voreilig. Aber schlussendlich, zu voreilig ist meistens dann doch kein Problem, weil ich immer auch mit weniger zurechtkomme. Also das Geld ist ja jetzt gespart, ne? Diese 6,50 Euro, die sind jetzt gespart. Und diese 1,49 Euro, die kann ich im nächsten Monat ausgleichen. Das ist auch kein Ding. Und dann ist mir noch was Komisches passiert in der nächsten Kategorie, nämlich meine Haftpflichtversicherung wurde abgebucht. Wo ist die da? Meine Privathaftpflichtversicherung wurde abgebucht, für die ich seit 12 Monaten 7,98 Euro zurücklege und auch über 80 Euro hatte. Und dann buchen die nur 47,11 Euro ab. Und ich habe überhaupt keinen Schimmer. Wieso? Ich finde auch die Unterlagen gerade nicht. Die haben ein Online-Portal, wo man sich einloggen kann, was mir aber nie gelungen ist. Und deswegen habe ich da nie reingeguckt. Ich habe aber auch keine Post bekommen, wo drin stand, dass die jetzt halbjährlich abbuchen vielleicht oder sowas. Ich habe keinen Schimmer, warum das ist. Aber ich lasse das diese 33,28, die jetzt da noch über sind, lasse ich erst mal stehen, bevor ich weiß, was da wirklich los war. Aber hey, besser die Versicherungen buchen zu wenig ab oder weniger, als man dachte, als sie buchen zu viel ab. Naja, und das ist so ähnlich wie bei meinen Nebenkosten. Die stehen ja auch noch aus. Das ist auch echt krass. Das ist so viel Geld mittlerweile. Habe ich es noch hier, Nebenkosten? Meine Nebenkostenpfand? Wo ist es? 265 Euro, so hoch ist die Nachzahlung niemals. Aber wenn die mir das endlich schicken würden und mir sagen würden, wie viele Nebenkosten es denn noch sind, die ich bezahlen muss, dann hätte ich hier ja auch wieder Geld, was frei wäre. Das wäre ja so toll. Da könnte ich ja wunderbare Dinge mitmachen. Es anlegen. Oder mir was Schickes kaufen. Und naja, dann habe ich auch noch die letzte Rate meines Elterngeldes in 50 Euro zurückgezahlt. Und das ist alles das, was gelaufen ist. So, und hier ist meine Vorratskammer. Dazu habe ich extra einen Schrank im Flur freigeräumt, weil, wie gesagt, es mich nervt, das zu verwalten. Und ich wollte wirklich Struktur hier reinbringen. Ich habe hier schon dran geschrieben Nudeln. Und hätte ja weiteres dran schreiben können. Also ich habe hier noch 5 Dosen Tomatenmark und eine Kokosmilch und eine Sojacreme und einmal Erdnüsse und dann hier diese ganz guten Mais-Sachen. Aber ich weiß nicht, ob sich das tatsächlich so realisieren wird, dass ich immer dieselben Sachen auf Lager habe. Weil ich ja die Sachen kaufe, die ich immer kaufe. Und das sind halt die Haferflocken, Mais, Nudeln und dieses Zeug. Ja, aber das ist alles noch letzten... Ne, außer die Pasta ist alles letzten Monat gekauft worden oder diese zwei halt eben ohne Rabatt. So, und ich bin sehr daran interessiert, dass am Ende des Monats noch Geld übrig ist. Geld, was ich auch wieder weiter irgendwo hinschieben kann. Heute am 28. ist sowohl die Dividende ausgezahlt worden... Ach so, habe ich die erwähnt? Die habe ich erwähnt, oder? 2,88 Euro habe ich richtig berechnet. Exklusive Lillys-Dividende von 5,60 Euro, die für die nächsten drei Monate ihr Taschengeld sein soll. Die habe ich auf die hohe Kante gelegt. Es ist wirklich eine hohe Kante, die ich da habe. Ein Regal, wo ich immer 10 Cent habe, die ich ihr dann, wenn sie mir geholfen hat, aufzuräumen gebe. Und dann kann sie das in ihr Sparschwein checken. Und das können wir dann wieder verteilen, wenn sie sich was kaufen will. Also ein bisschen was ist dann auch in ihrem Portemonnaie. Mal gucken, wie ich das schaffe. Genau, Dividende ist gezahlt worden. Dann habe ich jetzt, wie gesagt, einen Rest von ungefähr 20 Euro in meinem Lebensmittelbudget. Was ich aber wahrscheinlich dann übertragen werde auf die Vorräte für nächsten Monat, damit ich, falls wieder eine super Vorratsaktion kommt, das nutzen kann. Aber wie jetzt der Monat und das Monatsende und vielleicht auch diese Aldi-Talk-Geschichte aussieht, sehen wir dann am Monatsende, am 31. sprich Sonntag, dann mache ich euch nochmal ein Video. Das war es für heute. Ich sage tschau, macht's gut, bis Samstag zum Einkaufsvideo. Und falls du neu hier bist und wissen willst, wie mir der ganze Monat von Anfang an aussah und wie ich ihn geplant hatte, bevor er so war, wie er jetzt ist, dann schau dir auf jeden Fall dieses Video an. Ich sage tschau, macht's gut, bis Samstag, eure Silke. Ich sage tschau, macht's gut,